Hallo ihr Lieben, im April statt in mein wöchentlicher Podcast. Jeden Donnerstag um 17.35 Uhr nehme ich euch mit auf eine Reise durch mein Burschel. Habt ihr Themen, die euch auf der Seele brennen, die uns alle angehen oder die einfach immer verschrieben wurden, schreibt mich an, sprecht mit mir, wenn wir uns sehen oder hinterlasst hier eine Nachricht. Ich freue mich auf euch und wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.